Ein Rahmen hat die Form eines Parallelogramms. Ich habe ein rechteckiges Foto mit folgenden Maßen eingefügt. 12,5 cm auf 17,8 cm, wie in der ungenauen Skizze hier nebenstehend. Die Basis des Rahmens misst 5 cm mehr als die des Fotos. Die Höhe des Rahmens misst 5 cm mehr als die Höhe des Fotos. Wie groß ist der Flächeninhalt in Quadratzentimeter des Rahmens dieses Fotos? Die Maße von diesem Foto sind 12,5 cm und 17,8 cm. Die Basis von dem Parallelogramm misst 5 cm mehr als die Basis von dem Foto. Und 12,5 plus 5, das macht 17,5. Die Höhe des Parallelogramms misst 5 cm mehr als die Höhe von dem Foto. Und 17,8 plus 5, das macht 22,8. Wir finden den Flächeninhalt von diesem Parallelogramm durch Basis mal Höhe. Und 17,5 cm mal 22,8 cm, das ergibt 399 Quadratzentimeter. Und demzufolge ist die Antwort D die richtige.